Junge, ich... äh, hier ist kein einziges Bröckchen Eisen, ich komm mit ner Spitzhacke. Ja, dann töte die Leute die Skelette oder was auch immer mit der Spitzhacke. Jo, ähm, Frage, welchen Stollen hast du jetzt genommen? Rechts? Hier den... Diese komische Wendeltreppe nach unten? Das war der Hauptschule, der linke. Also das, äh, wo es die Treppe runter geht am Anfang. Ja. Die lange Treppe. Ja. Rechts oder links? Gott. Was? Rechts oder links? Wie rechts oder links? Hier ist ja die Türen. Äh, ja, rechts. Rechts, glaube ich, ne? Denk ihr geradeaus geht's, äh, nach draußen. Zum Wasserfall, ja. Keine Angst, junglich. Ich bin unterwegs. Oh Mann, oh Mann. Ich geh jetzt hier rechts, ne? Und jetzt links ist... Ah, ich hab, ich hab den Ausgang gefunden! Echt? Ernsthaft, jetzt? Ja, hier läuft noch ein großes Klett, äh, ein Zombie rum, aber... Oh Gott! Das ist gar nicht ein Ausgang, das ist ein... Scheiße, ey, ich hoffe, ich hab jetzt... Ich bin hier irgendwie beim Ausgang, ich... Oh Gott. Bei meiner letzten Ex... Bei meiner ersten Expedition hab ich mich hier drin verlaufen, auch schon. In der, wo ich jetzt gerade bin. Gucken, ob ich hier rausfinde. Junge, ich komme, ich bin unterwegs. Ich werd dir helfen. Ach ja, ich muss jetzt mal die Truhe wieder plündern. Jo, ich hab's gefunden, ich hab unseren, äh... Ah, ja, geil. Ich bin, ich bin so gut wieder. Wo ist die Truhe? Ich hab, weiß nicht, wo ich die Truhe hingetan hab. Lockerbleiben, lockerbleiben, ich bin unterwegs. Wo ist die Lava? Oh Gott, ein Creeper. Und Skelette! Fuck it! Scheiße! Sterb mir jetzt bloß nicht weg! Wie ist das, du Homo-Fürst? Kann doch nicht mehr zielen. Junge, ey, noch nie in meinem Leben bin ich so gerannt. Kann man hier bei Minecraft überhaupt rennen? Ja, die rennen doch, die Typen, oder? Ja, ich hab die Truhe gefunden. Okay, ich bin bei der Truhe. Okay, okay, ich bin jetzt da, wo wir gestorben sind ungefähr. Hä? Oder auch nicht? Wo geht denn hier weiter? Ach, da. Rechts, Lava-Fall? Ach, du Kacke! Was denn? Creeper! Pass auf! Verdammte Scheiße, die sind hinter mir her! Ich verprügel dich mit meiner Spitzsacke! Ich hör irgendwas. Ist gerade irgendwas passiert, explodiert. Ich seh' dich! Ich seh' dich! Bist du tot, oder was? Ach, da ist ein Creeper hinter mir! Wo bist du denn? Ich hab' Pfeile! Ich bin... Oh mein Gott, das Vieh kommt auf mich zu! Wo bist du denn verdammte Scheiße! Wo bist du denn verdammte Scheiße? Das Vieh zündet gleich! Scheiße! Was für ein... Was für ein... Schub mal mal hin! Tod! Boah, sind das deine Pfeile, die da an der Wand eingeschwangen sind? Boah, ich hab' nur noch zwei Herzen, das Vieh hat mich gerade eben voll erwischt! Ich hab' nur noch... Also, jetzt müssen wir wirklich mal reinhauen hier. Ich hab' nämlich wieder meinen Diamantsspitzsacke! Äh, hast du den Kram aus der Tour geholt? Ja, los, lauf vor! Junge! Leider die Sache jetzt ein Nachteil! Wir sind so schlau wie vorher! Beide total verletzt! Oh Gott! Ich hab' äh... elf Pfeile für dich! Aber wir müssen auf jeden Fall zu dem, da wo wir es glätt gemolchelt haben, das weiß ich! Warte, ich werfe hier elf Pfeile runter! Schnell! Da! Da, hinter dir! Gut! Okay, warte! Jetzt hab' ich den Weg schon wieder fast vergessen! Da hoch! Und jetzt hier! Oh Gott, ich hör' wieder irgendwas! Ganz ruhig! Und jetzt! Hier ist Eisen! Oh, Eisen! Oh, nein! Hilfe, hör' hier raus! Ich hör' wieder Geräusche! Jetzt sag' mir nicht, dass ich den Weg schon wieder vergessen hab! Ganz locker bleiben! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Ja! Hier lang! Findest du's wieder? Ja! Sein Dankeschön! Verdammt, wo bist du? Ah! Du müsstest schon wieder mehrere Schritte voraus! Oh Gott! Nee, jetzt bin ich wieder verlaufen! Doch, ich seh' dich! Ich seh' dich jetzt wieder! Hier irgendwo war der, war der Ausdruck! Da, wo du, wo du gespawnt bist! In welcher Richtung bist du gespawnt, beim ersten Mal direkt! Verdammte Scheiße! Wieso hab' ich den Weg jetzt schon wieder vergessen? Das Spiel impliziert einen so'n Gedächtnisverlust! Verdammt nochmal! Da ist ein Hobby! Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das Speilett eingemauert! Ah, nein! Hilfe! 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 Mach's zu! Mach's zu! Was denn? Ich hab nur zwei Steinblöcke! Wo sind die Teile? Junge! Warte, was ist denn das da? Nicht runter, stoß mich hier nicht runter! Ah, was ist das? Wo? Ah, hier ist die Truhe! Ja, das weiß ich auch! Weil ich will hier raus! Echt? Was machen die ganzen Waffen hier? Die Waffen? Hab' ich hingelegt! Exte-Schwerter! Hab' ich da reingelegt, damit ich das ganze Zeug da nehmen kann! Ich hab' jetzt so viel Zeug gelagert! Ja, ja, warte! Ich hab' mir jetzt mein Schwert genommen! Du läufst bitte vor! Ja, warte! Und ich decke dich einfach mit hinten mit Fallen! Ich hab' ja 38 Pfeile jetzt! Ja, das ist ne Menge! So! Wo bist du? Oben! Scheiße, ich glaub' hier unten ist ne Spinne! Gott, lauf' bitte vor! Bitte! Aber ich muss dich erst mal finden! Ah, da bist du! Du hast doch gesagt, hier oben! Ja, ich hab' dich dann aber nicht gesehen! Verdammt nochmal! Ich bin doch gerade heldenmütig hier runtergelaufen! Warum find' ich den Weg nach oben jetzt nicht mehr? Pass auf! Hier sind tausende Zombies! Lass mich nicht alleine hier! Ja, komm! Da ist die Spinne hinter dir! Was? Was machst du da oben? Wo ist deine Spinne? Sie ist weg! Sie ist weg! Die kommt wieder! Jo, ich hab's gefunden! Wo bist du? Der Weg nach unten! Da ist ein Zombie hinter dir! Nein! Verdammte Scheiße! Sind da meine Sachen noch? Oh Gott! Liegen da meine Sachen? Ja! Dann höhlt die auf, verdammte Scheiße! Da ist dieser verdammte Zombie! Ich hab nur noch zwei Herzen! Verdammte Scheiße! Tot? Ja! Nein! Nein! Junge, ihr müsst da wieder runter! Sofort! Sofort! Ey, das Vieh ist da immer noch mit unserem ganzen Kram! Nein! Fuck! Nein! Nein! Wieso kann ich kein Schwert aus Stein machen? Ach, ich hab keinen Cobblestone! Fuck! Hier ist ein Cobblestone in der Tour! Ja, ich hab grad anstatt Cobblestone normales Stein genommen! Ich muss auch ein Steinschwert bauen! Nein! Wo ist meine Stock hin? Hast du meine Stock genommen? Bis für das Wahnsinns! Bis für das Wahnsinns! Aus Versehen, hier! Gib mir auch noch was ab! Ich brauch auch ein Schwert! Ja, ich mach grad ein Schwert da! Nein, Junge! Es tut mir leid, aber dieser verdammte Zombie, ey! Schnell, schnell! Attacke! Ah, ey! Jetzt holen wir uns den Kram zurück! Warm, warm! Dann krieg ich das auch nicht in den Arsch! Ich hab das Schwert gesteckt! Ey! Du gehst falsch! Nein! War scheuchtig! Sicher? Ah doch, yo! Sorry! Das Zeug! Meine Diamantspitz-Axt! Verdammte Scheiße! Ja, Junge! Es tut mir leid! Ich hab mein Bestes gegeben, das Zeug aufzuheben und abzuhauen! Aber es ging nicht! Das Vieh hat mir voll in den Arsch getreten! Mann, rennst du schnell! Warte mal! Nein, geht grad nicht! Nein, geht grad nicht! Fucking motherfuckers! Was? Eww! Eww! Und du solltest dir... Ah! Ah, hier ist der Eingang zu dem Gebiet, wo wir eben waren! Geil! Ich bin in die Lava gefallen! Bist tot? Ja! Nein! Ja! Verdamm nochmal! Ich bin schon wieder hier alleine! Ey, du wirst doch wohl mit nem einzelnen Zombie fertig! Das sind meine Sachen! Ja! Bam, bam! Ich komm jetzt mit Fäusten! Gut! Die Goldspitzsacke will ich nämlich nicht nehmen! Verdammte Horrorhöhle! Horrorhöhle! Ja! Hier ist einfach den Lederboots! Hey, das sind meine Lederboots, oder? Ja, nochmal kurz zum Schutz! Und jetzt ab hier! Raus! Sofort! Ich warte auf dich bei... äh, bei dem Wasserfall und dem Lava-Fall! Oh Gott, wo geh ich hier nochmal raus? Jetzt sag mir nicht, dass du stirbst! Ich hab's gefunden! Ja! 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 Oh mein Gott! Fick dich, Höhle! Weg dazu, oder? Oh! Eben noch Gold! Nein, Junge! Hör auf! Das ist, das ist die, das... Diese Höhle verändert sich psychisch! Du fängst an, Sachen zu schürfen und dann, dann, dann steckst du fest in dieser Höhle! Das ist doch noch Gold! Oh, es geht immer weiter! Nein! Hör auf! Du gehst da jetzt sofort raus, ja? Ja, okay! Ich mach hier alles dicht mit... Erde! Aber alles! Okay, alles! Oh Gott! Jetzt nicht mehr da! So! Da bin ich! Yo man! Abwohn jetzt! Yo man! Wo geht's hier nochmal raus? Komm, lass mich vorgehen! Nein! Ich war noch Scherz! Nein! Du Kacke! Ey! Boah, hier hoch zu laufen ist ja die einzige Qual! Entspannende Musik! Oh je! Endlich wieder sicher! Mann ich will nur noch seine Burgmauern sehen ich brauche noch Lava um mehr Obsidian zu machen und noch eine Leta endlich zu Hause ich gucke mal kurz Austausch Katze abgebildet als Burgfried oder gibt mir gibt mir irgendeine Waffe du hast auch bestimmt ein Schwertge aufgehoben so ich gehe jetzt jagen okay viel Spaß danke du scheiße